Bum, 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 ja, bum Aus der Gruppe Und das finde ich insofern beachtlich Als dass der Jemen stärkemäßig genauso stark ist Wie, ähm, ja, wie Trinidad und Tobago Und die Salomon vielleicht sogar ein bisschen schwächer Äh, wenn ich mir das so anschaue Aber so minimal schwächer Werden wir ein bisschen stärker werden mit der Zeit Jetzt sind wir schon bei 852 Stärke Ich glaube, das ist ein bisschen mehr als vorher Ähm, interessant Also das ist wieder ein machbarer Gegner Aber den man wiederum nicht unterschätzen darf Weil er ja schließlich es geschafft hat Sich in einer Gruppe Äh, mit Italien und Argentinien durchzusetzen Und Argentinien auf den dritten Platz, äh, ne Verbannt hat Also das ist schon mal Nicht ohne Schauen wir mal, was das am Ende heißt Wir haben jedenfalls gute frische Werte Könnte daran liegen, dass unser Trainingsplan Nicht so gestopft, vollgestopft ist Ich hatte irgendwie keine Lust, mich da richtig drum zu kümmern Dafür haben wir gute frische Werte Ist vielleicht auch nicht schlecht Nachteil ist nur die Fitnesswerte von den Leuten Die nicht ständig spielen Sind nicht ganz so toll Aber die sind auch nicht schlecht Muss man auch sagen Also mal schauen Gut Jedenfalls denke ich mal, dass das Ja, dass das war, was wir vorher erklären sollten Vor dem Spiel Viel hat sich, wie gesagt, nicht getan Und der Gegner sollte machbar sein Aber schauen wir mal, ob wir das am Ende auch hinkriegen Also Das habe ich gemacht hier Jo Wollte ich sich Ach so, eine Sache ist mir noch eingefallen Die ich machen wollte Äh Kann ich ja eben ganz schnell noch machen Und zwar hier in der Jugendmannschaft So Ich wollte noch hier Na, falsch rum So Ich wollte noch jemandem Ein, äh Ein Haken setzen Hier bei der Sonderbetreuung Da haben wir jetzt letzte Folge noch einen dazu bekommen Hier Daniel Gutierrez Kriegt den jetzt mal So Dann trainiert er hoffentlich besser Oder so Fühlt sich besser Wie auch immer Keine Ahnung Ich weiß nicht genau, was die Sonderbetreuung bewirkt Aber ich habe es jetzt einmal Einfach mal irgendwie verpasst Bis zum Ende der Saison Dann schauen wir weiter Und Ähm Ja Jetzt geht es auf Äh Jetzt geht es los mit dem Auf ins Halbfinale Gegen Jemen Gegen den Jemen Wäre mal Äh Okay Beide Trikots sind nicht so optimal Wir nehmen mal das, wo ihr Obenrum weiß tragt Das ist vielleicht ein bisschen besser So 3D-Spiel Das Spiel eures Lebens Ja gut Das Spiel eures Lebens Das hattet ihr vorher schon Äh In der Europameisterschaft Aber Passt schon Ich glaube ich vergesse ständig vorher zu speichern Irgendwann wird mir das noch zu verhängnis Ich hoffe Ich hoffe aber nicht jetzt Dass ich wenigstens danach nochmal speichern darf Aber gut Wie immer gilt Wenn ihr das gerade seht Dann ist das Spiel nicht abgestürzt Weil sonst hätte ich die Folge Seinig sowieso nochmal von vorne aufnehmen müssen Alles gut also Braucht euch keine Gedanken zu machen Und ich kann mich damit selbst ein bisschen beruhigen Indem ich mir das einrede Dass da ich ja gerade das Der Zeuge dessen werde Dass hier schon alles gut ist Wobei ich ja gar nicht In Zukunft schauen kann Ob das jetzt wirklich klappt Und eine Folge daraus wird Was ich gerade mache Egal Ich mag es mich selbst zu beruhigen Ist vielleicht nicht schlecht das zu tun So das Spiel ist fertig geladen Hier ist das Halbfinale Portugal Gegen den Jemen Also wie gesagt Wieder auf dem Papier Eine Begegnung Die auf jeden Fall machbar sein sollte Ist die Frage Ob es das denn auch tatsächlich ist Denn wie gesagt Dank den Jemen Ist Argentinien Rausgeflogen Und Argentinien ist zweimal Weltmeister geworden Ähm Ja Was wollte ich machen Hier ist alles einstellen Ich meine gut Ich wollte gerade sagen Uhu Kwa ist auch zweimal Weltmeister geworden Aber Uhu Kwa ist ja auch richtig stark Bei Uhu Kwa ist es halt ein bisschen her Dass die Weltmeister geworden sind Das war 1930 und 1950 Aber sie sind ja immer noch gut Obwohl Die haben glaube ich nur 3 Millionen Einwohner Oder sowas Und haben trotzdem Zwei Weltmeistertitel Errungen Das ist schon krass Und haben immer noch Eine richtig starke Mannschaft Derweil Holt man von Ungarn Nicht mehr so viel Waren In den 50ern Vier Jahre lang ungeschlagen Haben aber nie einen Titel geholt Und Heutzutage Oh Gefährlich Sind sie auch nicht mehr so krass drauf Schon interessant Wie sich da die Verhältnisse Mit der Zeit geändert haben Oh Schön Der hat aber ganz schön was dahinter gehabt Der Schuss Der Jemen ist auch so ein Land Der hat Der ist auch in der Realität Ganz schön gebeutelt Da geht es auch ganz übel zur Sache Glaube ich Da Weiß ich nicht War auch mal geteilt Ich bin aber nicht so tief eingearbeitet Wollte ich sagen In die Geschichte dieses Landes Was auf jeden Fall Ist ein arabisches Land Das heißt Arabische Namen haben wir auch hier bei den Spielern Wobei ich interessant finde Dass bei Manche haben L im Namen Manche haben Al im Namen Ich kann mir vorstellen Dass das Jetzt kann ich doch wieder ausschweifen Wenn das Spiel nicht zu extrem Action geladen ist Wie jetzt gerade Bei diesem Beschluss Der schon wieder so krass war Wie vorhin der Hui Da war wieder was dahinter Ähm Arabisch ist ja eine Sprache Die wird von Marokko bis Irak Gesprochen ne Also ne Riesiges Gebiet Und im Norden von Syrien Bis unten eben In den Jemen Und Ähm Ja Dadurch haben sich sehr viele Dialekte raus Entwickelt Und die sind so unterschiedlich Dass die Glaube ich gar nicht Wirklich miteinander reden können Also die Leute von den verschiedenen Ecken des Sprachgebiets Und ich kann mir vorstellen Dass es dann auch verschiedene Arten gibt Die Namen und die Wörter Und wie auch immer In unsere lateinische Schrift zu übertragen Dass vielleicht bei manchen Dialekten Würde man vielleicht eher dazu tendieren Dass sie mit L Zu versetzen Okay Bälle ist erstmal weg Schön Und bei anderen vielleicht Bei anderen Dialekten vielleicht eher mit L Vielleicht wurde wieder bei den Computergenerierten Spielern Was durcheinander gemischt Das könnte ich mir vorstellen Aber es ist wieder so ne Theorie von mir So jetzt gibt es erstmal Geld Für Badr-Rumani Es hat auch wieder die Frage Wie viele Fußballer aus dem Jemen Sind so krass drauf Dass sie eben Im Fußballmanager wirklich Erstellt wurden Und wie viele davon spielen jetzt noch Im Jahr 2025 Was wir glaube ich mittlerweile haben Ne Doch 25 Doch Stimmt schon Holger sagen Moment Es muss eine gerade Zahl sein Wenn wir bei einem Turnier sind Aber es ist ja der Confed Cup Der ist ja immer in ungeraden Jahren Also 25 haben wir Soweit ich weiß Ja Genau So So hat er es Der hat Platz Mal gucken was er daraus macht Oh Das war nichts Und heute gibt es wieder um was Heute müssen wir gewinnen Na gut Hauptsache nicht verlieren Der Rest regelt sich dann von alleine Wenn wir nicht verlieren Können wir nur noch gewinnen Weil Können wir nur noch gewinnen Weil es ist ein Spiel Und Oh Hoi Wäre ein bisschen ärgerlich Wenn wir gegen den Jemen rausfliegen Aber so groß wäre die Schande auch nicht Wenn man schaut Was er eben vorher geleistet hat Ist auf jeden Fall schwierig gerade für uns In aussichtsreiche Positionen zu kommen Aber jetzt geht es vielleicht wieder was Leonardinho Okay Hat geklappt Was macht er jetzt Leonardinho Jawohl 1 zu 0 Oh ich dachte schon Der lässt den Ball gar nicht mehr los Und dann lässt er wieder Sich den Ball vom Torhüter klauen Oder sowas in der Art Aber nein Aber nein Er hat es richtig gemacht Gut Das 1 zu 0 Das ist wichtig Das ist gut Großer Schritt In Richtung Finale Ja Ja Is da Ja Ja Ä Ja 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 Oh, ja, das dachte ich mir, dass er das nur abpfeift. Jetzt gibt es auch nochmal eine Karte. Wer war das gleich? Ich dachte, der wollte jetzt noch eine rote ziehen. Nee, das wäre ein Rheinspieler gewesen. Ich zeige jetzt den Namen gar nicht. Egal, wir werden es in der Halbzeit sehen und ihn auswechseln. Passt schon. Och, mach doch nicht schon wieder einen Foul, Leute. Das ist jetzt derselbe, ne? Ja, ey. Warum? Du hast gerade eine gelbe Karte gekriegt und mit sofort der nächsten Aktion holst du dir den Platzverweis ab. Ach, was machen wir denn jetzt? Können wir Stürmer rausnehmen? So vielleicht. Das machen wir jetzt hier mit dem. So. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, das irritiert niemanden, wenn das jetzt hier noch irgendwie im Spiel drin hängt. Ich denke, nur wenn wir halt führen, würde ich halt wenigstens gerne eine komplette Abwehr haben. So, schon gefangen. Gut. Das ist die Frage. Jetzt ist er wahrscheinlich fürs Finale gesperrt, oder? Oder ist das so, dass man das so macht, dass die Karten nach dem Halbfinale gelöscht werden, damit man im Finale mit den besten Leuten, oh, sehr schön, auftreten kann. Okay. Jetzt haben wir zwar ein Mann weniger vorne, aber es hat trotzdem geklappt. Und zwar direkt im Anschluss an den Platzverweis. Schön. 2 zu 0 gegen den Jemen. Trotz Unterzahl. Jetzt haben wir noch eine komplette Abwehr und nicht unbedingt die Notwendigkeit, noch viele Tore zu schießen. Ich glaube, das kriegen wir noch hin. Ich glaube, die Laufwege von dem Bayo sind auch nicht verkehrt. Also ich glaube, da haben wir nicht so viel zu befürchten. Also nicht mehr als sonst, sage ich mal so. So, dass die Halbzeit leider in Unterzahl. Also Italien führt derweil gegen Salomonen. Wäre natürlich witzig, wenn die Salomonen auch noch ins Finale kommen würden, aber zum jetzigen Zeitpunkt eher unwahrscheinlich. Rui Patricio hat eine gute Note. Ist schön. Ansonsten vielleicht sicherheitshalber die Wechsel nochmal offen lassen. Und schauen, was gegen Ende des Spiels noch geht. Ich meine, die frische Werte sind bei allen noch super. Da gibt es gar nichts zu tun. Was weiß ich. Ich brauche niemanden zu massieren, aber ich habe es jetzt trotzdem getan. So, ihre Spieler wirken locker und entspannt. Das sieht nach einer lösbaren Aufgabe aus. Das ist doch schön. So, wir haben da wieder diese Musik im Hintergrund. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir das in der zweiten Hälfte auch noch hinkriegen. Saris ist unser eingewechselter Rechtsverteidiger. Ja, provoziert erstmal einen Foul. Wieder sein Vorgänger auch. Nur ohne Karte diesmal. Der begeht ein Foul. Der provoziert es nicht. So, Leonardino. Ach, schade. Übrigens, der Name ist ganz interessant. Santa Anari oder so. Dieser Apostrophe in dem Namen. Das ist meistens, in den allermeisten Fällen steht das für, oder ich kenne keine Fälle, in denen es nicht so ist, wenn das mit dem Wort steht, für so ein, ja, so ein, wie man sagt manchmal so, Kehlkopfknacklaut oder sowas. Keine Ahnung. Das ist eigentlich was ganz Normales, was wir aus unserer deutschen Sprache kennen, was uns nur nicht so bewusst ist. Weil wir das nämlich bei jedem Vokal, also wenn ein Wort mit einem Vokal, also A, I, O, O beginnt, machen wir das am Anfang vom Wort. Das ist einfach A, also dieses Ö, was man da hört am Anfang. Dieses Ö, A, A. Dieses Geräusch. Das hat man eigentlich immer am Anfang von Wörtern, wenn sie mit dem Vokal beginnen im Deutschen. Und das ist in so einer Sprache wie Arabisch zum Beispiel, ist das ein eigener Laut, der auch mitten im Wort vorkommen kann. Oh, hoppala, da waren sie sich fast nicht einig. Aber da gibt es zum Beispiel auch im Hawaiianischen zum Beispiel. Die Insel heißt ja eigentlich, oder die Inselgruppe heißt ja eigentlich Hawaii. Also mit I und dann, oh, gefährlich, 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 gefährlich. Ha. Hui, hui. Hui Patricio ist zur Stelle. Was wollte ich sagen? Ja, also Hawaii wird ja mit Doppel-I geschrieben. Und zwischen den beiden Is ist auch so ein Apostroph. Und dieser Apostroph ist auch dieser Laut. Dieses Ä. Was heißt also eigentlich Hawaii? Oder so ähnlich. Wie sieht es denn jetzt aus mit den frischen Werten? Ja, hat ein bisschen nachgelassen. Ich habe noch Silver vielleicht. Der ist auch fit. Dennis Carillo ist weniger fit. Einen haben wir noch. Können wir noch Lucasinho einwechseln für Leonardo. Und ich hoffe, ansonsten geht nichts mehr schief. Das wäre ganz schön. Wir haben ja kein Gelbverwandten erst mal, aber wir haben ja in der ersten Halbzeit mitgekriegt, dass das ganz schnell gehen kann. Auch so eine interessante Sache. Es gibt im Arabischen verschiedene H-Laute. Aber ich glaube, die werden hier gar nicht, können in der Schrift gar nicht dargestellt werden. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die vernünftig darstellen kann. Es gibt auf jeden Fall so ein normales H, wie auch im Deutschen. So ein H. Und jetzt gibt es erstmal eine Karte für den jemenitischen Spieler. Chalfan Ta'anari oder so. Chalfan oder so. Das weiß ich. Aber ich glaube, es war so ein normales H, wie wir es auch im Deutschen kennen. Und dann gibt es noch eins, das ist irgendwie so weiter. Also nicht so, nicht so, also gut, das H ist bei uns ja hauptsächlich so ein einfaches Ausatmen. Und dann gibt es noch ein H-Laut, der hat auch ein bisschen, gibt es ein bisschen mehr Reibung. Der ist ein bisschen weiter oben gebildet. Eher so, glaube ich. So wie so ein Hächeln. Und schon wieder eine gelbe Karte für den jemenitischen Spieler. für Hussein Ben-Hatira oder so. Ja, da gibt es noch so ein H-Laut und da gibt es noch ein R. Also ziemlich viel, was sich hier mit dem Hals abspielt. Aber das ist natürlich nicht alles. Aber das hat schon, ne, Arabisch hat schon sehr, sehr, wie sagt man, könnte man sagen, kehligen Klang? Keine Ahnung. Aber es gibt auch noch so andere Laut. Es gibt zum Beispiel verschiedene Varianten von T. Es gibt so ein normales T. Oder vielleicht ist es weniger behauptet als im Deutschen. schon eher so so vielleicht eher so ein bisschen eher mehr wie D nur ohne Stimme. Ich meine, D gibt es auch im Arabischen. Aber dann gibt es noch so ein paar, glaube ich. So klingt das ungefähr. Das gibt es auch noch als Variante vom T. Muss man auch noch unterscheiden. Es ist nicht so einfach, sich da reinzufinden. Oh, hui, ah, jetzt ist es passiert. Anschlusstreffer von Jemen, vom Jemen, von Al-Said oder so. Ist natürlich ungünstig. Jetzt kann es nochmal richtig gefährlich werden. Wenn die jetzt noch ein Tor schießen, dann könnten wir ein Problem kriegen. Aber es ist noch ein bisschen glücklich gelaufen jetzt gerade, dass er jetzt auch nochmal Nachschuss setzen konnte. Ja. Ah gut, dann gibt es auch ein normales S an S und S. Ach so, wieder das ähnliche wie das T mit so einem Oh, so ein Klang da Thoth heißt es, glaube ich. Gibt schon sehr viele verschiedene. Ach ja, und TH wie im Englischen. So was, so ein Laut gibt es auch. Oh, schade. Den gibt es auch, glaube ich, in drei Varianten. Wenn mich nicht alles täuscht. Einmal als äh, The, stimmlos, als The, stimmhaft, wie im Englischen. Gibt es beide auch. Oh, schade. Und dann gibt es, glaube ich, noch einmal wieder dieses, dieses Dumpfe oder wie man es beschreiben soll, dieses Wow, gibt es, glaube ich, auch noch. Also, ich gehe jetzt vom Hora Arabischen auf, weil das ist das, was ich, die einzige Variante, die ich kenne. Naja. Ich weiß jetzt nicht, wie das, wie es im Jemen zum Beispiel ist, was es da alles gibt. So, aber das Spiel ist fast zu Ende. Das Spiel ist fast zu Ende. Und wir haben jetzt gerade noch mal, ach, eine Chance gehabt. Wenn wir uns jetzt nicht ganz so doof anstellen, dann reicht die Zeit vielleicht noch, dass wir das, das jetzt über die Zeit bringen und uns ins Finale einziehen. Zwei Minuten Nachspielzeit. Und wir haben eine Torchance und die war gar nicht mal so schlecht. Leider kein Nachschuss. Schade. Und das war's. Wir haben's geschafft. Wir sind ins Finale eingezogen und da werden wir wahrscheinlich auf Italien treffen, nehme ich an. Wahrscheinlich. Ist von auszugehen nach dem Halbzeitergebnis und wenn man die beiden Mannschaften kennt. Ja, so ist es auch ausgegangen. Bisschen überrascht, dass Italien nicht mehr geschafft hat, aber okay. Das heißt ja, im Finale geht's gegen Italien. Das ist gegen den Weltmeister. Das wird also richtig hart. ne, Weltmeister gegen Europameister. So, man kann sagen, die zwei stärksten Turniere quasi. Die Prestigetech, die beiden prestigeträchtigsten Turniere, Turniersieger quasi. Oder die Sieger der beiden prestigeträchtigsten Turniere spielen gegeneinander. Meine Güte. Also, das könnte interessant werden. Wollte ich damit nur sagen. Und dann schauen wir doch mal, was sonst noch so geschehen ist. Also, es war spannend, ne? Spannender wieder, als man von den Zahlen her erstmal erwarten würde. Aber, wie gesagt, ich kann's nur nochmal wiederholen. Sie haben dafür gesorgt, dass Argentinien rausgeflogen ist. der Jemen. Also, so schlecht können die nicht sein. So. Der Pferd springt immer nur so hoch, wie es muss. Ja. Sie dürfen nicht mehr Tore kassieren, als der Gegner schießt. Das ist immer eine gute Strategie. Dann kann man nämlich gar nicht verlieren. So. Dann, ja, das war das Halbfinale. Und jetzt stehen die Begegnungen fest fürs Finale. Da spielen also Portugal gegen Italien im Finale. Und der Jemen spielt gegen die Salomonen um Platz 3. Krass. Ja gut, das könnte interessant werden. Wann haben wir denn die Spiele? Am Sonntag. Okay. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt noch nicht direkt zum Spiel. Also, Gianni Keata hat auf jeden Fall eine 3,0 geholt. Wir wurden ja 74 Minuten ausgewechselt. Okay. Und, ja. Dann gibt's noch ein bisschen Vorbereitung zu machen. Am Samstag habe ich immer ein bisschen mehr zu tun. Und die Folge geht jetzt schon eine Weile. Deswegen würde ich sagen, beende es an der Stelle mal. Ich sage, Dankeschön fürs Dabeisein. Und wir sehen uns hoffentlich. beim nächsten Mal zum Finale des Konfett Cup wieder. Also, bis dahin. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und würdest du da gerne mehr von sehen? Oder schwören dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das für uns momentan alles nur sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab einem Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht viel Geld, aber wenn bereits jetzt jeder Abonnent uns diesen einen Euro geben würde, können wir YouTube bereits Hauptprofi umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir bald unseren Traum von YouTube zu leben Realität werden lassen können.